Thanks for the line up bros Es tut mir leid, dass es jetzt gerade nicht so viel ist, aber ich denke mal, ihr könnt das nachvollziehen Äh, ich will einfach ehrlich zu euch sein, Freunde Wo ich auch ehrlich zu euch sein will, ist, dass der neue Sommergeschmack von Level Up heute rauskommt, Freunde Und da würde ich mich freuen, wenn ihr Code Scorpion dort verwenden würdet Der kommt heute raus, wie gesagt, also ab heute beginnt der Versand Das heißt, keine Vorbestellung mehr, sondern ab heute könnt ihr das Ding bestellen Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das gerne Link ist in der Videobeschreibung mit Code Scorpion Spart ihr dann nochmal ein bisschen Cash zu Detach Und ich würde sagen, Freunde, wir gucken jetzt mal, was es hier so gibt Okay, okay, die Liste sieht gut aus, abgespeckt, Ziel, Moshpit Das gefällt mir sehr gut, das gefällt mir sehr gut Oh, das weckt schöne Gefühle, das ist meine Lieblingsmap von der Release-Woche gewesen Icebreaker Abgespeckt, Stellung, das ist natürlich nice, man Das ist einfach jetzt klassisches Gameplay Ich muss sagen, es ist schon faszinierend, dass die da jetzt wirklich so auf die Community gehört haben Und die Sachen da jetzt auch so verteilen Muss ich sagen, da gibt es auf jeden Fall Props von mir Genauso wie es von mir jetzt hier, gibt es Rampart oder was gibt es hier von Marcel? Ne, die Sau gibt es von Marcel Leute, ich glaube, das ist meine längste Call-of-Duty-Pause, die ich jemals hatte Wirklich, ich glaube, das ist wirklich extrem krass lang jetzt gewesen Gucken, ob es ist wie Fahrradfahren oder ob es nicht ist wie Fahrradfahren Da bin ich mal sehr gespannt Ah, okay, alles klar, Digga Gut, man muss sich aber schon hier, ne? Ja, genau, man muss sich hier So, schnell hier durch Hier durch Komm mal her, Jungs So, wo seid ihr, Jungs? Er wusste schon, dass ich komme Er weiß einfach alles Ja, ja, komm her, Digga Let's go Hauptsache, ich sage, ich zocke das neue Sommer-Update Die erste Map, absolut Icebreaker So, hier ist auf jeden Fall einer Den habe ich gesehen Komm her, Bruder Komm her, Stellung nehme ich auch mit Ah, nice, okay, gefällt mir Aber ich glaube, die Rampart ist, glaube ich, die bessere Wahl Während draußen wieder der eine oder andere Krankenwagen rumfährt Tja, moin Also ich würde sagen, Leute Es ist wirklich wie Fahrradfahren Es ist wie Fahrradfahren, Freunde Okay, da hinten sind die immer noch am Chillen Okay, dieses Schwertfisch hier könnte lecker sein Jawollo, schön Ja, die werden ja jetzt hier irgendwo rüber rotieren müssen So, Drohne haben wir Einer kommt noch von hier Der macht ja richtig ernst Okay, ich bin hier genau hinter ihm Komm auch Marcelo, den kriegst du Nice one Einer kommt noch von hinten Also ich muss sagen, die Drohne gefällt mir gut Dass die Gegner sich immer leicht bewegen, Leute Ist ja fast schon Orbi-Feeling Jawoll Hellstorm So, jetzt sind die hier drin Also Leute, es läuft gut Klar muss ich mich erstmal komplett wieder einspielen Aber dafür läuft es nicht so schlecht Gib mir die Stellung Ja Boah, 50 Punkte nur Das tut weh Okay, wir haben nur noch drei Gegner Das tut weh Wo sind die anderen? Ich glaube, die nicht hier spawnen irgendwo Tut man nicht so jetzt Wieso? Zack, gnadenlos, Freunde Es ist wie Fahrradfahren Es ist wie Spiegel Man sieht sich, Freunde Keiner Freestyle Oh, hätte ich den noch geholt Das wäre jetzt zu lecker gewesen Jetzt haben wir die Rampart Ah, nice Wenn der Dude hier durchkommen will Hallo Gut, dass die nicht unfair ist Ui Da wollte er mich gerade pre-fieren Okay, wir haben wieder Gegner Nice Okay, die Stellung ist hier Das heißt, jetzt geht hier die Action Nice Good start Ah, warte Hier kommt einer durch Komm her, Digga Nein, nein, nein Hör auf Oben oder unten? Das ist die Frage Ich hab ihn Let's go So, jetzt müssen wir hier echt aufpassen Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui runter nein ja ich musste jetzt sterben 24 ok ja man ich musste jetzt sterben und vier dänke dafür ja plünderer fehlt einfach gerade er war nie weg freunde das ist schon mal sicher er war nie weg wir kommen jetzt hier wiederum direkt mal level ab wie das getränk kleiner freestyle die spawn hinter mir leute das macht gerade so spaß ne glaubt es nicht jetzt macht so bock grad wieder das nehme ich gern mit ich muss sagen ohne die spezialisten macht es schon mehr bock dagegen kann man nicht sagen ui no chance von no hands bro ich habe immer keine muni das muss ich mir merken alter so hellstorm in your faces und immer noch mal vier mit ja also die 8er kd halten wir easy freunde aber ich brauche plünderer das ist sicher ja ich habe so gehofft dass er zurückkommt hätte ich ihn sonst niemals bekommen wir gehen wir mal hier unten für mich jetzt mal hier schnell dass wir von hinten kommen no homo natürlich freunde müssen uns jetzt beeilen hat er mich gesehen hat er nicht ich bin jetzt direkt hinter denen es ist wirklich wie fahrrad fahren freunde so wo seid ihr thanks for the lineup bros ui gute nacht marcello also freunde würde sagen für drei monate kein cod ist 48 zu 6 ok der quadsheet war am ende schön ich denke mal der wird auch jetzt gezeigt ja 1 2 3 4 ja kann man mitnehmen leute die sich immer noch fragen warum ich doppelte ep habe das liegt darin dass ich immer noch die codes vom anfang von release nicht aufgebraucht habe weil ich so viele eingegeben habe und es gab ein paar tage ein bug und die wurden dann quasi alle auf einmal gutgeschrieben ist so lächerlich nein hast du da gewartet och man ich habe die ganze zeit gepriegt was habe ich ihm für laser gegeben mit der ersten kugel ach du scheiße uiuiui jetzt ist es aim our struggle oh mein gott wie schnell liegt die waffe nach mit diesen zwei schnellen magazin also das nachladen ist herr geisteskrank wir haben eine drohne glaube ich nice abgestaubt ich bin aber schon ich bin schon wieder im modus zack zack so läuft der hase gott alter du locker also wenn ich den typen jetzt nicht endlich kriege ich habe ihn so verdient ich weiß halt genau wo er ist aber ich glaube wenn ich jetzt hier hochlaufe wird einer hinter mir spawnen oder gott mein team ist so schlecht mein team ist wirklich abasig schlecht nice ausgeknipst ich muss noch kurz was ausprobieren ob der mythos stimmt alle haben ja gesagt mit titan kann man auch spielen wenn es nicht gut läuft gucken wir doch mal ob das jetzt funktioniert alter habe ich die waffe lange nicht mehr in der hand gehabt also es läuft zwar ok aber mein team wird halt komplett geslayed alter mir ist so heiß die waffe ist einfach lächerlich ok die waffe ist so lächerlich ok das ist krank alter aber wie wie ok gut ich glaube in der anderen waffe wäre es auch nicht möglich gewesen was er da gerade gemacht hat alter war ich schnell down ok leute was zur hölle was ist das für eine waffe man dass diese damen oder alter ist das krass junge junge der typ weiß auch immer wo ich bin jetzt kommt er eh wieder da hoch dann gehe ich lieber schnell hier lang oh mein gott wie viel hp hatte der das gucken wir uns jetzt an ein ein hp nein einen ok leute die titan ist wirklich lächerlich stark aber mein team wird auch so krass auseinander genommen ei 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 wir gucken ob er wieder hier hoch kommt der preaimer der weltmeister im preaim ja damit hast du nicht gerechnet mein freund wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen schaden anrichten bei den jungs ey das gibt es ja nicht jetzt hier hoch hier hoch und wieder hier boah alter man kann nicht sein dass ich in jeder situation hier so sweaten muss mein gott mein aim ist aber passabel komm wir versuchen das jetzt irgendwie zu sichern mein freund mein gott ich bin so tot ich spiel mal kurz eklig wie weiß er das ich hab doch geist hä what ok das verstehe ich nicht was da gerade passiert ist aber ich muss dem game lassen ich hab grad spaß das muss ich wirklich sagen na warte hey 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 wohin ich bin erstmal einen reingehauen komm her bruder oah alter wie knapp also leute wenn ihr mehr black ops 4 videos sehen wollt dann lasst mal ein like da ich glaub wenn es so mit dem spaßfaktor weiter geht dann kann ich es mir vorstellen aber jetzt werde ich leider vom helikopter gejagt das konnte ich gar nicht überleben ich gucke mal ob wir den kriegen oder ob er mich kriegt ich challenge komplett rein ja ok gut ok gut da müssen wir nicht drüber reden wer eine vkm hat und pre-aimt ja also Leute lasst ein like da beziehungsweise beim nächsten mal haut rein bis dahin und ciao ciao